Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind in Tirol unterwegs und deswegen starten wir vor Bäumen, damit man nicht so genau sieht, wo wir umgehen. Vielleicht sind wir aber in Salzburg am Weg. Das wissen wir gar nicht mehr. Oder im Burgenland. Auf jeden Fall, wir sind auf der Welt im Nordkorea des London Balkans am Weg. Daher verhalten wir uns auch so. Pst, schau da, schau da, schau da. Ja, es war nur der Jäger, der hat dir so eine tolle Ralltour gewünscht. War echt cool. Also, kein entspannter. So, ab hinläuft. Der geht noch. Fast von selber. Ja, fast. Steil ist da jetzt schon wieder. Heute nehmen wir nicht nur das Radl, sondern auch das Holz für die Hütten mit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ciao. Hier haben wir jetzt eine gute Idee. Ka Yarstenschein. Das geht! Hier haben wir dann über den Betriebe. Ja. Hier haben wir geraucht. Schausch. Hier bin ich immer noch. Ein Mann. Hier hat die ZDF für funk, 2017 Da wird die ZDF für funk, 2017 machen wir die ZDF für funk. Der wird das ein bisschen mehr. เขet die ZDF für funk, 2017 war es auch im Auftrag des ZDF für funk. Das geht. Das ist auch so cool. Ja! Das war's. 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 Da ist nur ein Stein rausgebottet. Ja. 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 Ich fünfmal Lud 젖é auf dem Boden hab. Ja. Es sieht gut aus. Danke. Ja! Ja! Ja, 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 ja! Diesmal haben wir die Jausen vergessen, ich gehe jetzt die Finger weg, das darf ich gleich nachher machen. Jetzt gibt es gerade einen Kuchen. Voll den guten. Und was möchtest du mir teilen? Ich wollte die Kamera nehmen. Ja dann mach. Nein, ich mag es jetzt nicht mehr, jetzt ist schon vorbei der Schmied. Ja. Eigentlich haben wir den Gästen, weil das Regen angefangen hat, haben wir noch gesehen, dass wir uns unterstehen und das Café entdecken. Ja. Ja. Wow! Wow! Das ist ... Ja! Oh! Der Tour ist beendet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr versteht, dass wir eben nicht so viel reisgeben, wo wir jetzt tatsächlich unterwegs waren. Aber der Trail war auf jeden Fall fordernd. Military Roads in der Ostschöne Alps. War das jetzt auch ein bisschen neben der Straße. Echt cool in Tirol. Es ist schon eine sehr schöne Fahrt. Spaß beiseite. War echt cool. Sehr eindrucksvoll. Im Herzen von Tirol. Ich tröse noch ein Stück ein Haar gefahren. Passt auch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, hat es mir genau. Daumen nach oben. Es ist die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.